Stachel und seine Freunde Die Rätsel des Drachenfeuerzahn und des Amulett der Kobolde Stachel und seine Freunde stehen vor Feuerzahnsthron. Der riesige Drache füllt den Raum mit seiner bedrohlichen Präsenz. Glühende Augen fixieren sie, Dampf strömt aus seinen Nasenlöchern. Was wollt ihr hier? Brüllt er mit ohrenbetäubender Stimme. Habt ihr mein Rätsel gelöst? Stachel, obwohl er Angst verspürt, tritt mutig vor und präsentiert das Rätselbuch. Ja, wir haben es gelöst, sagt er mit fester Stimme. Und jetzt gib uns unsere Freunde zurück. Feuerzahn lacht höhnisch, sein Lachen hallt durch die Höhle. So einfach ist das nicht, faucht er. Ihr müsst erst noch ein letztes Rätsel lösen. Er präsentiert ihnen ein Pergament mit einem Rätsel von diabolischer Schwierigkeit. Die Freunde starren auf die wirbelnden Symbole und komplizierten Texte, die Stirn in Falten gelegt. Die Lösung scheint unmöglich. Doch Stachel gibt nicht auf. Er erinnert seine Freunde an ihre früheren Abenteuer und die Herausforderungen, die sie gemeinsam gemeistert haben. Zusammen können wir alles schaffen, sagt er mit Bestimmtheit. Die Freunde schließen sich zusammen, jeder nutzt seine einzigartigen Fähigkeiten. Elfi zaubert Licht in die Dunkelheit, damit sie das Rätsel besser lesen können. Mieze klettert auf einen hohen Turm und späht nach Hinweisen aus. Wuff beschnüffelt den Boden auf der Suche nach versteckten Botschaften. Glitzer verwendet ihr magisches Horn, um Muster in den wirbelnden Symbolen des Rätsels zu erkennen. Und Stachel denkt scharf nach und analysiert jede Silbe des Textes. Stunden vergehen. Zweifel und Müdigkeit drohen sie zu überwältigen. Doch Stachels Optimismus und Entschlossenheit halten sie am Laufen. Immer wieder ermutigt er seine Freunde, weiterzumachen. Plötzlich blitzt Erkenntnis in Stachels Augen. Er hat die Lösung gefunden. Aufgeregt verkündet er die Antwort. Feuerzahn brüllt vor Wut. Er kann es nicht glauben, dass diese winzigen Kreaturen ihn besiegt haben. Widerwillig öffnet er die Zellentüren und befreit die gefangenen Freunde. Stachel und seine Freunde umarmen einander vor Freude. Sie haben es geschafft. Sie haben ihre Freunde gerettet und den bösen Drachen besiegt. Tränen der Erleichterung und des Glücks fließen. Gemeinsam verlassen sie das Schloss und begeben sich auf den Rückweg in den Zauberwald. Unterwegs erzählen sie sich Geschichten von ihrem Abenteuer und lachen über die lustigen Momente. Sie sind füreinander da, unterstützen sich gegenseitig und feiern ihren Sieg. Zurück im Wald werden sie als Helden gefeiert. Alle Bewohner des Waldes sind ihnen dankbar für ihre Tapferkeit und ihren Mut. Stachel und seine Freunde sind zu Legenden geworden. Ihre Geschichte wird von Generation zu Generation weitergegeben. Doch dies ist nur der Anfang. Stachel und seine Freunde erleben noch viele weitere Abenteuer im Zauberwald. Sie stellen sich neuen Herausforderungen, treffen neue Freunde und lernen wichtige Lektionen über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt. Nachdem Stachel und seine Freunde den bösen Drachen Feuerzahn besiegt haben, kehren sie als Helden in den Zauberwald zurück. Doch ihr Abenteuergeist ist noch lange nicht gestillt. Sie sehnen sich nach neuen Herausforderungen und spannenden Erlebnissen. Eines Tages erzählt ihnen eine alte Eule von einem magischen Amulett, das tief im Wald versteckt sein soll. Das Amulett soll angeblich seinem Träger Glück und Macht verleihen. Stachel und seine Freunde sind sofort Feuer und Flamme für die Idee, das Amulett zu suchen. Die Suche nach dem Amulett führt sie in die entlegensten Winkel des Waldes. Sie müssen sich durch dichte Dornenbüsche kämpfen, tiefe Schluchten überqueren und gefährlichen Kreaturen gegenüberstehen. Unterwegs treffen sie auf einen listigen Fuchs, der ihnen den Weg zum Amulett zeigen will, aber nur, wenn sie ihm im Gegenzug helfen, einen Schatz zu stehlen. Stachel und seine Freunde durchschauen jedoch schnell die Absichten des Fuchses und vertreiben ihn. In einer dunklen Höhle begegnen sie einer Gruppe von Kobolden, die das Amulett selbst für sich beanspruchen wollen. Es kommt zu einem Kampf, in dem Stachel und seine Freunde all ihr Geschick und ihre Tapferkeit einsetzen müssen, um die Kobolde zu besiegen. Doch die größte Herausforderung sind nicht die Kreaturen, sondern die kniffligen Rätsel, die den Weg zum Amulett schützen. Stachel und seine Freunde müssen ihren Verstand und ihre Zusammenarbeit einsetzen, um die Rätsel zu lösen und weiterzukommen. Die Luft ist feucht und kalt und ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft. Stachel und seine Freunde spüren ein mulmiges Gefühl im Bauch. Sie wissen, dass die Kobolde gefährliche Kreaturen sind, die vor nichts zurückschrecken. Vorsichtig schleichen sie sich an den Höhleneingang heran. In der Dunkelheit sehen sie die Kobolde um ein flackerndes Feuer sitzen. Sie lachen und streiten und ihre hässlichen Gesichter sind im Feuerschein zu erkennen. Stachel flüstert seinen Freunden zu. Äh, wir müssen ganz leise sein. Wenn sie uns bemerken, werden wir in große Schwierigkeiten geraten. Elfi nickt und umklammert ihr magisches Amulett fester. Mieze faucht leise und Wuff knurrt bedrohlich. Langsam und vorsichtig betreten sie die Höhle. Die Kobolde bemerken sie zunächst nicht. Doch dann wendet sich einer von ihnen um und starrt sie mit bösen Augen an. Was wollt ihr hier? Fragt er mit rauer Stimme. Stachel tritt vor und sagt, Wir suchen das Amulett, das in dieser Höhle versteckt sein soll. Der Kobold lacht höhnisch. Das Amulett gehört uns, sagt er. Ihr werdet es niemals bekommen. Mit einem schnellen Griff holt er ein Schwert aus seinem Versteck und stürmt auf Stachel zu. Stachel und seine Freunde springen unter dem Kobold durch und greifen sich das Amulett. Als der Kobold realisiert, dass er überlistet wurde, stoßt er einen lauten Schrei aus. Verärgert muss er ansehen, wie die Freunde im Nebel verschwinden. Die Freunde haben es geschafft. Das Amulett gehört nun ihnen. Stachel berührt das Amulett und spürt sofort eine immense Kraft in sich aufsteigen. Er weiß, dass er und seine Freunde mit dem Amulett in der Hand noch viel Gutes im Zauberwald bewirken können. Mit dem magischen Amulett ausgestattet, stellen sich Stachel und seinen Freunden neue Aufgaben und Herausforderungen. Sie helfen den Bewohnern des Waldes, wenn diese in Not sind, beschützen den Wald vor Gefahren und sorgen dafür, dass Frieden und Harmonie herrschen. Stachel und seine Freunde werden zu Hütern des Zauberwaldes und zu Vorbildern für alle, die dort leben. Ihre Geschichte wird von Generation zu Generation weitergegeben und inspiriert andere, Gutes zu tun und füreinander da zu sein. Ende Möchtest du noch tolle Geschichten aus der Welt des Geschichten bot, dann abonniere jetzt. Außerdem freuen wir uns über deinen Daumen hoch Klick oder ein Teilen des Videos mit deinen Freunden und Familie.